So, herzlich willkommen zurück zu Harry Potter and the Philosopher's Stone. Wir müssen zur nächsten Stunde gehen. Und ja, mal gucken, wo die ist. Das können wir, glaube ich, noch nicht machen. Oh, diese Maus wieder und Kamera, daran muss ich mich gewöhnen. So, hier kann man speichern. Und da ist noch ein Topf. Okay, dann müssen wir vielleicht hier rein. Oder nicht? Nicht? Kann ich mit euch reden? Wieder diese Challenge. Oh ja, wir müssen auf die Zeit achten. Okay. Oh Gott, das wird schon schlechter. Das wird schon massiv schlecht. Äh, äh, uh. Mh, nein. Nochmal? Okay. Ich darf mich nicht so von der Zeit stressen lassen, glaube ich. Ja, guck mal. Viel, viel besser. Es werden doch locker. Was? Das war gut. Oh, oh. Okay. Scheiße. Das wird nicht gut, Hermine. Oh, 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 Gott. Okay. Ja, denke ich ja eigentlich auch. Aber wann? Wann kriege ich es hin? So. Was? Wieso bin ich so schlecht? Was war das? Alhamoros ist ein tricke Spell. Let's try it again. Okay. Ähm, naja, unten rechts war es nicht so gut. Was? Wieso? Come on. Was war das? Komm, ich bin doch nicht so schlecht. Ach, was? Ernsthaft? Wo ist? Was war das? Mal hippisch ... too. Das, was war das ist. Was war das? Das, war das aus dem Gefangeln. Am femِّ voll Kinich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, also eine haben wir jetzt gefunden. Ich hoffe, wir finden alle. Das wäre so cool. Ich glaube, ich gehe erstmal hier weiter. Oh oh. Gott. Wie mache ich das? Ja, lass mich doch. Ja. Okay. Den kann ich nichts machen. Kann ich jetzt nicht mehr das von Hedwig ansehen? Was? Im Ernst jetzt? Ja, soll ich euch die geben, Jungs? Ah, ja. Okay, ich glaube, die habe ich noch nicht. So, dann habe ich jetzt die zweite, glaube ich, gefunden. Mann, aber das ärgert mich jetzt mit dem Pergament. Kann ich das nicht mehr angucken? Ah, doch. Sie kommt wieder und droppt was. Harry, if you're late for the Herbology lesson, Gryffindor can lose house points. Hurry up, Hermione. Okay. Okay. Ja, ich komme ja schon. Wo ist dein Herbology? Ich weiß halt nicht, ist... Ist Herbology jetzt wichtiger als alles andere? Okay, hier ist keine Karte, leider. Danke, das weiß ich auch. Und... Übrigens sprechen die irgendein Slang anscheinend. Okay, wie viel Zeit habe ich denn? Okay, du gibst mir wahrscheinlich keine Karten, ne? Eins, zwei und drei. Ist hier nicht irgendwo hier auch der Eingang nach... Zu... Na, wie heißt es? Um nach Foxmeat zu kommen, meine ich. Okay, ich glaube, da kann ich... Noch später... Ein paar Sachen holen. Ich weiß halt nicht, soll ich jetzt zu Herbology? Wo ist Herbology überhaupt? Draußen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich gehe da jetzt hin. Wie kann ich dich denn besiegen? Ja, so much fun. Yes! Komm, 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 komm. Ja, gib es mir... Shit. Hier muss ich stehen bleiben. Yes! Nicht zwei. Das ist unfair. Fuck. Au. Okay. Das ist unfair. Junge. Oh shit, ich bin gleich tot. Don't throw so many. Yes! Komm, du bist tot. Also nicht tot. Okay, gut. Gut, ich hoffe, wir können jetzt zur Herbology. Okay. Okay, ich würde sagen... Bye-bye. Bye-bye. Ja, das machen wir. Und wir gehen in der nächsten Folge zu unserer nächsten Lesson und danach zu Hagrid. Also bis dann. Bye-bye. Bye-bye. Bye.